Praktisch jeder mag Eier. Warum ist es nur so schwierig, sie perfekt hinzubekommen? Omlets bleiben kleben, poschierte Eier zerlaufen und Eier hart kochen ist aufwendig. Zuerst müssen Sie warten, bis das Wasser kocht. Dann platzen die Eier auf. Oder sie sind zu weich und sie schälen, ist einfach mühsam. Wenn Sie Eier mögen, werden Sie Perfect Eggmaker lieben. Ihr macht aus Eierkochen ein Kinderspiel. Machen Sie Ihr Lieblingseigericht einfacher und so, wie Sie wollen. Hi, ich bin Eric Tees und das ist der Livington Copperline Perfect Eggmaker. Jetzt machen Sie perfekt gekochte Eier in Minuten. Sie müssen nie mehr darauf warten, dass das Wasser kocht. Es gibt zwei Ebenen für jeweils sieben Eier. Das bedeutet, Sie können 14 perfekt hart gekochte oder weich gekochte Eier gleichzeitig machen. Und jetzt das Beste. Schälen wir zum Kinderspiel. Sehen Sie, ich schäle das Ei schnell. Es ist einfach und gelingt jedes Mal. Mit den wassergekochten Eiern geht das nicht. Sie können auch vier perfekt bruschierte Eier auf einmal machen. Oder leckeres Rührei und Omelette. Sie bekommen einen Messbecher. Einfach Betriebsart wählen und bis zur entsprechenden Linie füllen. Und das Beste, Sie müssen nie darauf warten, dass das Wasser kocht. Das Geheimnis liegt in der ausgereiften Technik, die Hitze und Dampf völlig gleichmäßig verteilt. Sobald das Licht erlischt, sind Ihre Eier fertig und einfach perfekt. Wenn Sie nur für ein bis zwei Personen kochen, entfernen Sie einfach den Erweiterungsring. Heben Sie eine Schüssel hartgekochter Eier im Kühlschrank auf, für einen gesunden Proteinsnack. Oder machen Sie gefüllte Eier oder Ei-Cheeseburger zum Frühstück. Oder einfach Ei-Benedikt. Verwenden Sie die Omelettform für fantastische Omelettes, zum Beispiel mit Cheddar. Komm her, sieh dir das an. Mmmh, so gut!